bevor ich fange mit diesem video erst mal ich bin schon 40 jahr alt ja ich bin schon 40 jahr alt wie man sehen heute ich habe keine make up an ich habe nicht geschmückt gar nicht das ist meine nackt gesicht bevor ich diese creme sage ich wollte einfach meine nackt gesicht zeigen weil in drei monate ich wollte nochmal dieses gesicht was man hier sieht nochmal sagen ob sie unterschied sind weil ich habe einen teuerer serum gekauft sehr sehr teuer für mich sehr sehr teuer ich habe fast 45 euro für diese serum gekauft also erst mal guck mal meine meine diskoloration ein hier ich habe ein hier unter meine argonen dunkel dunkel hier und hier und hier auch hier hier auch alles dunkel hier also hier wie man sieht das würde ich habe keine make up gar nicht ich wollte einfach meine gesicht zeigen wie es das ist der serum der serum heißt ich habe seit einer woche diese creme verwendet leute ich sage ehrlich diese creme ist wahnsinnig ich zeige euch wie das aussieht sehr 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 flüssig sehr sehr flüssig sehr sehr flüssig zeigt auch die consistency sehr sehr flüssig ist besser kläblich aber zwei drei sekunden denn alles wieder normal normal siehst du weg also ist mit der pompe dass ich sehr sehr mag wie man weiß ist nicht billig diese serum ist nicht billig aber wenn man überlegt diese serum kann man bis sechs monat verwenden weil du brauchst wirklich ganz ganz wenig minimum sechs monat diese kleine flasche ist 30 ml ist nur 30 ml aber das ist mehr als genug für sechs monat weil du brauchst wirklich ganz ganz wenig und ist auch natürliche produkte ist natürliche produkte ohne parabens ohne sodium und natürliche zuzarten also leute ich habe nur eine woche diese creme verwendet ich zeige euch der unterschied ist wahnsinnig ich habe den unterschied gesehen von diesem creme deswegen habe ich gedacht ich zeige mit euch bevor ich weiter benutze weil ich wollte noch mal in drei monat review machen weil es ist nur eine woche jetzt ich kann jetzt wirklich sagen ob das funktioniert oder nicht also das war es für meine Kaudeli Vino Perfect Serum viel viel dank fürs zuschauen und ich hoffe dass das Video hat euch gefallen wenn abonniert diesen Kanal kommentar und daumen hoch ciao tschau